Gleich wie Sonal Monta Maki, nur beide Hände sind fest geschlossen. Drückhubi und Block zur Mitte mit geschlossenen Händen, vorderes Bein versetzen, Fauststoß gegenüber. Jetzt ein doppelt gesprungener Up-Checking, Hand und Fuß gleich Block, Doppel-Faust. Noch ein langer Schritt nach vorne, Fauststoß. Die vordere Hand geht nach unten, die hintere Hüfthand geht hoch zur Schulter. Wir machen einen Up-Kubi in die eine Richtung, schauen aber in die andere, ziehen die Hände auseinander. Da vorne drauf, ein freies Blickfeld, da darf die Hand nicht oben sein, wir müssen da unten sein. Jetzt wechseln wir die Stellung vom Up-Kubi in die andere Richtung, die obere Hand geht mit der Seite vom Daumen zu den Rippen, wir führen am Handrücken nach oben, die Faust langsam nach vorne, bis wir sie unter der vorderen Hand durchlaufen sehen, dann beginnen beide Handgelenke zu drehen. Die eine geht auf zum Schlag, die zweite ist bei der Schulter. Die Hand von der Schulter gehen wir nach unten, übersteigen auf der Vorderseite, machen wieder einen Up-Kubi in die eine Richtung, Blick in die andere Richtung. Die obere Hand nach dem Schrittwechsel mit dem Daumen zu den Rippen, Handrücken nach oben, nach vorne schieben, bis wir es unten durchlaufen sehen, beide Hände beginnen wieder zu drehen, die eine mit der Seite vom kleinen Finger zur Schulter, die zweite mit dem Schlag nach oben. Beide Hände offen nach hinten ausholen, das rechte Bein zurücksetzen, Dükkubi, sondern Montevaki, vorderes Bein versetzen, Chirurgi, Fauststoß gegenüber. Kampfposition, Up-Chaki, hinten absetzen, noch ein Schritt zurück, vorderes Bein anziehen, Ferse aufstellen und Hand und Fuß gleich mit der offenen Handseite reinlocken, Hüfthand ist geschlossen. Wir drehen uns zur linken Seite, beide Hände sind offen, sondern Montevaki, vorderes Bein kickt, hintere Hand, Fauststoß, Hüfthand holt offen aus, wir ziehen das vordere Bein an, Ferse ist wieder aufgestellt, Block rein, hintere Hand geschlossen, andere Seite gleich. Beide Hände offen, vorderes Bein kickt, langer Schritt, Fauststoß gegenüber, Hüfthand holt offen aus, anziehen, Ferse hoch, rein, Blocken. Jetzt gleich wie Sodal Ademaki, nur wieder beide Hände fest geschlossen, Dükkubi nach unten blocken. Beide Hände, Kampfposition, Up-Chaki, kurz halten, mit dem anderen ein Umspringen, Kiab, langer Schritt, gleiche Seite Block, Doppelfauststoß. Am rechten Bein drehen, Dükkubi, Hansonoyok-Marquis, hintere Hand geschlossen, vorderes Bein versetzen, Abkubi, Handrücken, und mit der Hüfthand Fauststoß. Andere Seite gleich, wir gehen an Dükkubi, Hansonoyok-Marquis, hintere Hand geschlossen, vorne offen, vorderes Bein versetzen, Abkubi, hintere Hand, Ellbogen, Handrücken, mit der Hüfthand, Bauststoß, linkes Bein anziehen, Dschungi. Yehze. Mertens.